Ich zahls eigentlich immer mein Essen nach. Hier brauch ich's auf keinen Fall. Boah, ne das ist... Also ne. Oh, mein Kopf. Yo Leute, wir sind Max und Chris und damit herzlich zu einem neuen Koch-Duell, Leute. Leute, Leute, ihr habt euch auch fast so krass gewünscht. Antonio und Luigi sind wieder. Für euch heute brego, amore, live aus Napoli. Ihr seht schon vor uns, das sind die Zutaten, die ich brauchen werde. Parmesan, Tomaten, Nudeln, Basilikum, Pinienkerne und gestückelte Tomaten. Bei mir wird's halt alles sich rund um einen Tomatenfest zu drehen. Ah ne, und Oh-Saft hab ich vergessen. Orange-Saft. Bei mir, Leute, gibt's ganz klassisch Italiano eine Spaghetti Carbonara. Und zwar mit Speck, Knoblauch, Ei, Parmesan, ganz viel und halt natürlich Nudeln, Spaghetti. Es ist so witzig, ich hab nämlich gestern mir eins zu eins gedacht, dass ich Carbonara mache. Ja, aber ich liebe Carbonara. Ich dachte mir so, nee, das macht Max selten. Ich liebe Carbonara. Ich mach das immer. Also wenn, also Carbonara, wirklich. Halt, den musst du ja auch gut können. Kann ich auch. Schreibt mal eure Lieblingsnudeln in die Kommentare. Das wird mich jetzt auch mal ein bisschen. Und schreibt auf jeden Fall noch Folgen für Kochduelle in die Kommentare. Also was wir als nächstes kochen sollen. Mein persönlicher Favorit ist eigentlich einfach Pomodoro oder Polonaise, genau. Auf jeden Fall Leute, falls euch die Kochduelle ist gefallen, dann lass gerne einen Daumen nach oben da, wo wir uns helfen. Und ab dem Kanal und hier auf diesem Kanal kommen immer Dienstag und Donnerstag und Sonntag um 16 Uhr Videos online. Also aktiviert auf jeden Fall die Glocke. Ja. Und dann würde ich sagen. Das war's, oder? Let's go in dem Kitchen Cooking, Alter. Was bei mir passieren wird, ich werde jetzt die Pesto machen, die Pesto wird im Grunde genommen püriert. Der größte Vorteil an Spaghetti Carbonara ist einfach, dass du nichts machen musst, großartig. Du kochst jetzt Wasser auf, dann drehst du den Speck an, verrührst dein Ei gelb, ja, nicht das Komplette, das muss man jetzt gleich noch trennen, mit deinem Parmesan. Und dann kochst du die Nudeln nebenher und dann laust du alles zusammen und fertig ist der Lachs. Und es schmeckt extrem geil. Also ich werde jetzt im ersten Step für meine Pesto die Pinienkerne ein bisschen anrüsten in der Pfanne und die... Ich habe da hinten in den Kommentaren gelesen, dass Chris immer erklärt, wie so ein Typ, der 65 Jahre Lebenserfahrung hat. Das kann ich mir mehrere Videos nicht geben. Okay, ich sage nichts mehr. Nein, auf der anderen Seite sage ich mir, sagen Leute, Chris, du erklärst das so majestätisch. Ja, die Leute haben mir letztens schon geschrieben, Schnitzel-Tipps machen sie direkt nach, also... Ja, ist aber gut. Also auf jeden Fall, ihr wisst, was an der Pesto wichtig ist, Leute. Jetzt ist der Knoblauch, Alter. Zwei Knoblauchzehen rein da. Ich habe auch Knoblauch. Also mein Rezept wird ungefähr so gemacht für zwei Personen jetzt. Also jede Person einen Knoblauchzehen. Ja, also ganz ehrlich, zu viel Knoblauch, wenn ich dann auch immer... Ich glaube, irgendwie ein Stückchen Parmesan wurde nachher noch oben drauf gerieben. Ich trenne jetzt kurz mein Ei, weil ich nur das Ei gelb brauche. Es gibt ja auch viele Leute, die Caronara... Hoppala. Kannst du das trennen, oder? Ja. Keiner macht Caronara mit Eiweiß. Nein, die Caronara mit Sahne machen. Lass mich doch erst mal zu Ende reden. Ah, okay. Caronara mit Sahne ist nicht die italienische Caronara, sondern einfach die italienische Caronara ist mir einfach nur mit Ei, nur noch mit Sahne. Ich muss aber dazu sagen, dass mir die Sahne auch gut schmeckt. Also es gibt jetzt nicht... Ich finde die auch sehr geil, tatsächlich. So. Also es gibt kein richtig oder falsch. Es gibt kein richtig oder falsch, ja. Mein gutes Ei wird jetzt kurz zur Quillet hier. Wir werden jetzt die gestückegelten Tomaten abschütten und ein bisschen was von dem Sud auffangen in der Tasse einfach. So, gut pfeffern. Leute, übrigens bei Nudelwasser. Ja, haut immer ordentlich Salz rein, dass hier auch noch was schmecken. Weil sonst ist ja fatal. Und ihr könnt auch ordentlich Pfeffer bei Caronara. Es gibt eigentlich bei Caronara nicht zu viel Pfeffer. Das salzige kriegt ihr auch durch den Speck. Alter, jetzt kann ich auch mal was erklären, weil ich war Caronara. Ich bin der Caronara. Weil ich Caronara liebe. Jetzt kommt mal Wasser schon und der schon nicht mal ready. Auf jeden Fall, ich muss nur kurz den Knoblauch aufpressen. So, der kommt dann nur kurz zum Speck mit rein. Und der kommt noch nachher wieder raus. Da, so, wir haben jetzt hier drin Parmesan und Knoblauch. Und da kommt jetzt dann noch von den Tomaten was rein. So, das war es dann eigentlich auch schon. Und wir müssen das Ganze noch gut gesalzen. Und gepfeffer. Gut, dass ich gerade in die Tasse salzen wollte. Wir werden noch, also ein schönerer brauchen wir nachher für oben drauf. Der ist relativ schön. Und dann werden wir jetzt hier noch so ein Bund oder zwei. Kommt zwei, lassen wir uns nicht lumpen. Basilikum da reinschmeißen für die Frische. Und dann wird das Ganze letztendlich eigentlich nur noch probiert. Aber jetzt kommen noch die Weeningkerne. Werden jetzt noch geröstet. Einfach ganz wichtig, Leute. Ohne Öl, ohne alles. Einfach rein da. Werden die da einfach angeröstet auf sieben. Das ist okay. Dann nehmen wir noch frische Cherry-Tomaten. Die kommen nachher, werden die noch untergerührt. Einfach im Topf. Geben halt auch nochmal so ein bisschen was Frisches. So lange ich noch nicht wählen bin, mache ich meine Ding fertig. Also, wir nehmen hier den Parmesan, ja. Ein bisschen was lasst ihr übrig, weil das kommt nachher über die Pasta. Aber den Rest, den schüttet ihr zu eurem Ei dazu. Das verquellt ihr dann mit eurem Ei. Und top gibt es bei mir nachher noch Mozzarella. Das sieht so komisch aus. Das sieht jetzt hier so aus. Weil das halt nur für eine Person ist. Ich weiß nicht, ob man das sieht. Das sieht jetzt hier so aus wie so eine... Es ist halt eine Ei-Käse-Masse, ne? Du bist so... Idiot, Alter. Das ist halt so eine Ei-Käse-Masse jetzt. Die kommt dann nachher mit den Nudeln direkt am Anfang rein. Wer von euch liebt auch Mozzarella? Von Mozzarella ist auch so was Geiles. Da machen wir jetzt einfach so Würfel, so Stripes. Die kommen dann nachher noch oben drauf. Zwei Scheiben, vor allem mehr brauchen wir da nicht. Ich denke schon mal, den Tisch haben wir brauchen. Leute, Max hat mir zu wenig Wasser, der Idiot. So Leute, die Pinienkerne sind schön geröstet. Ist gut, gefällt mir. Kommt jetzt rein in die Pesto. Riecht mal ein bisschen nach Kochfrauen. So, und dann wird das Ganze jetzt einfach püriert. Ich habe euch ja gesagt, was wir hier drüben vorher noch ein bisschen Sud gefangen haben von den Tomaten. Da werden wir jetzt auch noch ein bisschen was reinleeren. Einfach, dass es ein bisschen flüssiger wird. Es ist irgendwie jedes Koch-Duell so. Ich bin da wirklich schnell. Für den Pfiff, auch wenn ihr es nicht glaubt, es schmeckt ultra geil. Noch ein Esslöffel, ein bisschen mehr Orangensaft. Oh Leute. Schmeckt richtig gut. Gut, wir geben noch zwei frische Tomaten rein. Oder drei. Schluss für den Geschmack. Gliefen wieder rein. Und dann bin ich hier vorne fertig. Perfekt, also fertig. Gut. Dann geht es jetzt weiter. Meine Nudeln sind schon am Reintauchen. Meine Damen und Herren, jetzt kommen wir kurz zum Wienerings von der Carbonara. dem Speck und dem Knoblauch. Und die Knoblauch tun wir nachher wieder raus. Aber der Speck schön im Olivenöl, ein bisschen anbraten. Nicht zu kross, aber schon genüssig. So Leute, bei mir ist es der Fall, dass wir jetzt noch ein bisschen mit stückigen Tomaten arbeiten. Und die einfach unterheben, ohne zu pürieren. Damit wir noch ein bisschen mehr Struktur drin haben. Geheiner Tipp. Ihr nehmt euch jetzt noch aus eurem Nudelwasser eine Kelle Wasser noch raus. Die brauchen wir nachher noch. Schön salziges, heißes Kochwasser. Jetzt muss es halt bald auch ganz schnell gehen, gell? Mein Wasser fängt halt irgendwie nicht nachzukommen. Weil du zu viel Wasser hast. Du kannst aber auch, wenn du willst, wenn du unbedingt drauf plädierst, kann Karina Arbeiter als erstes verkosten. Ja, weil das Problem ist halt, ich muss bei Kamera, ich weiß nicht, wie es ist. Ich sage ja, wenn du darauf gestehst, dann ist es natürlich okay. Wisst ihr, was das Gute an so einem Festo ist? Wollte ich euch noch sagen, ihr könntet das jetzt auch in den Gläschen abfüllen. Und einfach in den Kühlschrank stellen und dann immer mal wieder Nudeln machen. Weil man braucht da echt nicht viel für. Nudeln sind perfekt. Herr mit, ich will mal kurz das Sieb da bitte rein. Jetzt muss alles schnell gehen, ne? So, nicht abschrecken, einfach rein die Nudeln. So, schön. Zack, zack, zack. Das Nudelwasser noch hinzu. So. Dann kurz mit dem Speck vermengen. Schön. So, 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 so. Jetzt, Leute, jetzt kommt die Magie. Jetzt proben wir unsere Parmesan hier. Unsere Parmesan-Ei-Mischung. Jetzt ist es drin. Und jetzt runde vom Herbst. Und jetzt direkt verquirlen. Mit den Nudeln. Sieht jetzt, also das Ei, das stoppt jetzt. Das ist der Sinn dahinter. Okay, so, sind fertig. Zack, da war. Anrichten. So, jetzt räumen wir uns den Speck hier. So, Speck oben drüber. Wir nehmen den kompletten Speck jetzt. Also, ich will nichts sagen, Max, aber es sieht echt, es sieht sehr lecker aus. Es sieht schon lecker aus. Es sieht sehr gut aus, wirklich. Und jetzt kann Carina tut es Bono probieren. Und Chris, was passiert eigentlich? Du kochst Nudeln ab und du wirst das Pesto zusammen, oder? Mehr braucht man eigentlich gar nicht wissen. Ich tue Nudeln abkochen, abscheuen, dann tue ich mit Nudeln, also die Nudeln wieder in den Topf mit Pesto rein, einmal Dürf mengen, alles. Und dann raus auf den Teller, das war's. So, Gericht Nummer 1 wird zuerst zerwert. Danke, hallo. Hallo. Entschuldigt mein Aussehen. Ich bin leider ungespäht. Interessant. Ich hatte das als erstes. Ja, wir hatten heute ein paar Probleme in der Küche, deswegen die Gleichzeit rauszubringen ging nicht so. Ah ja, alles klar. Gut, dann starten wir doch mal hier mit Spaghetti Carbonara. Sieht auf jeden Fall schon mal lecker aus. Ich muss doch selber Chris seine probieren. Ich weiß gar nicht, wie sie schmeckt. Ach so. Also, legen wir doch mal los. Löffel, also esst ihr Spaghetti mit Löffel und Gabel, dann könnt ihr es nur mit Gabel oder seid ihr ganz, ganz berückt und schneidet eure Spaghetti. Schneiden, finde ich, geht gar nicht. Ja. Man muss uns dann größer hat sich schon Mühe gegeben, auch den Spektor ordentlich zu schneiden und auch vom Großheizgrad und so. Also finde ich schon, schon, schon eine harte Nummer. Ach so, übrigens, Vater. Schmeckt einfach sehr gut, muss man sagen. Wenn es zu wenig Parmesan sein sollte, dann kannst du jetzt natürlich noch mal nach Parmesan. Ach so, ja, das ist ja großzügig. Ja, also, kann man essen, oder? Also, schmeckt sehr gut. Findest du eigentlich Carbonara mit Sahne besser oder mit normal, also ohne? Ich finde beides gut. Ja, okay. Sowohl als... Ich habe jetzt keine, ähm... Keine Favorites. ...referenz oder so. Schmeckt sehr gut, ähm, mehr Parmesan brauche ich nicht, danke. Da aber der Speck ja schon ein bisschen salzig ist. Ja, warte, das anfangen, Kritik erst am Schluss. Erst am Schluss. Okay, ja, also, schmeckt schon mal sehr gut. Aha. So, ich habe gerade auch das Go aus der Küche bekommen, dass Gericht Nummero zwei fertig ist. Ah ja, ah, ah ja. Was? Alter, ich habe ich, 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 habe ich wieder verkündigt, oder? Scheiße, Max, du bist so gut im Anblick. Ja, ich weiß. Ja, das Auge isst halt eben mit. Ich finde die Beine einfach super. Wie isst du, das ist einfach super. Sieht aus wie rotes Pesto, hm? Ja, habe ich mir immer gedacht, mal kein Fleisch. Ah ja. Ah, da fällt mir gerade was auf, ich habe so verga... Ah, hm. Was hast du vergessen? Ah, nee, ich habe gerade gesehen, das ist doch drin. Was? Mozzarella? Nein, meine Peeling-Kernel, aber es sind doch da. Ah, da hast du ja nochmal Glück gehabt. Ja, habe ich noch Glück gehabt. Okay. Mh, hm. Mh. Carbonara auf jeden Fall schöner, würde ich sagen. Das sind so eine Schlingel, die versuchen mich immer zu beeinflussen. Hä, du weißt doch auch gar nicht was, von wem jetzt will ich. Nee. Das weiß ich nicht. Weil wir verraten uns immer. Weinen am Ende, ne? Das bin ich gespannt, wie alt ist. Bei Carbonara habe ich meine Spaghetti ein bisschen hart gemacht. Das sind solche Idioten einfach. Also. Ich weiß nicht, das stimmt nicht so, ich habe mir doch nicht so gut gelungen. Boah, viel zu viel Knoblauch. Echt, finde ich? Boah. Nee, das ist... Also, nee. Also, ich finde bei Pesto muss das auf jeden Fall. Boah, scheiße, Max. Da hast du dich richtig übertroffen. Schön Knoblauch, Mozzarella und Tomaten. Perfekt. Ich habe echt ein bisschen die Mischung verkackt. Perfekt im Gleichgewicht. Ich habe die Mischung verkackt. Ich finde es echt sehr gut im Gleichgewicht. Ich lieb. Boah, das schmeckt richtig... Oh, das schmeckt richtig frisch. Geil, da muss ich mir gleich nochmal eine Kabel... Meins finde ich echt nicht so gut. Also, Karinale sind super. Ja, ich glaube, ich war aber nur... Ich glaube, du bist aber ziemlich stark verliebt, oder? Also, schon gut gesalzen. Aber man muss ja auch ein bisschen Würze. Man muss dabei sein. Also, vom Geschmackserlebnis finde ich deins diesmal gut. Ja, soll ich vielleicht auch noch irgendwas sagen? Wollt ihr auch wieder sagen? Nein, dann geht es ja auch darum, dass es... Okay, jetzt sag du mal deinen Standpunkt. Also, ich finde hier natürlich mehr Aufwand. Bisschen mehr Mühl vielleicht. Hier aber auch natürlich sehr gut. Ich muss aber natürlich auch sagen, bei der Carbonara, ne? Was jetzt Chris gemacht hat. Genau. Ist ja auch klar. Dass man da nicht so viel Mühe reinstecken kann. Weil es gibt ja nicht viel. Gibt es nicht viel. Es sind ja nur drei Zutaten. Ja, ein bisschen Petersilie noch oben drauf. Ja, habe ich... Ja, hat er halt vergessen. Nein. Das fand ich echt sehr aufmerksam. Die Dots, die das Sofa von der Peste an die Seite gesetzt hat. Da kann so der Kunde immer direkt mal die Soße probieren. Ja, ist doch gut jetzt. Oh, mein Kopf. Also, wie Max auch gerade eben schon erwähnt hat, ja? Hier, Salz auf jeden Fall am Start. Und ich muss sagen, ich mag Salz, ne? Also, ich salze eigentlich immer mein Essen nach. Hier brauche ich es auf keinen Fall. Bei der Carbonara ist es halt so, dass halt der Speck halt schon Salz lastig ist. Und wenn man dann noch so viel salzt, dann ist es halt sehr salzig. Hier, ja, habe ich eigentlich nichts auszusetzen. Ähm, schweißel. Schweißel. Scheiße. Aber, wieder einmal muss ich sagen, beide gibt es sehr, sehr, sehr gut. Also, ja. Meine Damen und Herren, ich wusste schon immer, okay, bitte. Okay, also gehen wir davon aus, Max ist der Teller, ich bin der Teller. Wer hat er Teller? Ich bin der, Max ist der. Wer hat gewonnen? Dann hat natürlich Max... Ja, Mann, ja, Mann. Zwei in Folge, was ist da los? Ach, nur wie wir wissen, Zeit. Was ist da los? Nee, habe ich mir schon echt gesagt. Also, das ist halt wirklich dadurch, dass beide sehr, sehr gut waren, muss man einfach dann... Ja, ich weiß. Das ist da hier. Das ist fruchtig as fuck. Das finde ich so... Also, it's no joke, das finde ich richtig geil. Ich finde es aber wirklich zu viel Knoblauch. Okay. Aber, egal, Leute. Der Pest, du musst aber... Carina, der Master hat entschieden. Ja, das ist halt Geschmack. Ja, das stimmt schon. Der Master hat entschieden, Carina, es tut es Boom. Bam! Hat sich für Chris entschieden. Chris hat gewonnen, egal, ich greife mich erst mal wieder an. Schreibt auf jeden Fall in die Kommentare, was wir noch kochen sollen. Zweier-Streak habe ich gemacht. Ja, du hast jetzt ein Zweier-Streak. Du hast schon fünf kochtest, dann hast du drei gewonnen, eins unentschieden und eins hast verloren. Ja, also, es sieht gut aus für mich. Ja, 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 ich greife aber immer wieder an. Egal. Lass auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, Freunde. Wir sehen uns beim nächsten Video wieder am Sonntag. Schreibt in die Kommentare, was wir als nächstes kochen sollen. Ganz wichtig. Und bis zu Ihnen nachher auf Twitch, ne? Beanstack und Donnerstag 8 Uhr immer auf Twitch. Also, kommt da vorbei und folgt da rein. Link in der Beschreibung. Max und Chris 1. Richtig. Bis zum nächsten Mal. Schaut bei Carina vorbei. Tschüss. Tschüss. Tschüss.